Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Short-Game. Diesmal spielen wir Don't Touch, Tollion, Beer. Es ist ein bisschen anders als sonst. Es war aber trotzdem ein bisschen größer, wir gucken mal. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal Start. Ups, da haben wir schon. Space. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Los geht's. Ich habe auch noch keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Nee, nee, überspringen will ich das nicht. Ah, okay, es gibt Story. Sorry. Nachdem Oleg und Tollion ein Haus gefunden haben, wo sie die Nacht verbringen können, beschlossen sie es zu feiern. Tollion, wie immer, fing an eine Menge zu trinken und Oleg mag das überhaupt nicht. Da beschloss Tollion das Bier von... Nee, Oleg beschloss Tollion das Bier wegzunehmen und sagte, dass er bis morgen nichts trinken darf. Aber er wusste nicht, was passieren würde, wenn Tollion nichts trinken würde. Hm, was passiert da denn? Sehr dunkel und ich höre schon Schritte. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Sag mal, diese Papp-Grafik finde ich irgendwie cool. Uh, ist aber sehr schnell. Wir sind sehr schnell unterwegs. Was? I kill you if I see it. Nein! Warum denn? Wir wollen nur das Beste für dich. Hallo? Oh ja, nein! Da kann auch Türen öffnen. Gott. La, 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 hat er gerade nicht gesagt. Doch, ich höre den doch. Die Tür zu. Oh Gott, der hat uns gesehen! Nein! Oh Gott, was? Oh, wer hat uns nicht? Huch! Ich denke, wir müssen einen Weg rausfinden. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Pass auf. Oh, ist ein langer Gang. Wo ist denn... Wo ist die Haustür? Nein, ich bin gar nicht da. Tschüss! Ich gehe nach oben. Senat Bücherei. Ist halt die Frage, ist das ein verlassenes Haus? Oder ist das eher sowas wie... Äh, vielleicht eine... Hallo? Eine, eine... Ah! Ich glaube, damit können wir ihn anlocken. Äh, eine Unterkunft. Herberge. Hotel. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen um. Wie gesagt, ich denke mal, wir müssen irgendwie fliehen. Das ist, das ist ja relativ einfach, einfach gemacht. Hier gibt es einen Schlüssel. Was ist das denn? Ein Schlüssel? Aber ich finde, ich finde, irgendwie hat das was. Diese Pappmaché-Grafik. Finde ich cool. Ist mal was anderes. So, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Können wir... Den haben wir jetzt auch mitgenommen, ne? Können wir den nicht irgendwo anwenden? Auf alle Türen? Hier. Nein, aber das... Hä? Von wo? Aber wir haben doch... Wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Ich gucke noch mal. Das war doch ein roter Schlüssel. Er hat doch auch mitgenommen. Haben wir ein Inventar? Vielleicht müssen wir aber noch einen weiteren Schlüssel finden. Upsa! Nein! Doch, ich sehe ja gerade, wenn wir... Nein! Oh. Er meint es echt nicht gut mit uns. Tayan! Es sind doch nur Freunde. Tschüss! Kann ich... Hallo! Nein! Warte doch! Nein! Ach, Mist! Okay, 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 okay. Muss ich denn jetzt oben... ...den Schlüssel noch mal finden? Wir können ja auch mal hier weitergucken. Ich bin gerade auf dem Klo, Alter! Lass mir doch wenigstens auf dem Klo, meine Ruhe. Guck mal hier mal. Hier können wir uns verschiedene Schlüssel vielleicht finden. Jetzt muss ich gleich noch mal... Können wir nicht einfach hier rausfliehen? Da ist ein blauer Schlüssel. Weil wir haben den auch hier jetzt in der Hand. Und den anderen hatten wir nicht mehr so in der Hand. Aber vielleicht wird das auch einfach... Hallo! Das falsche Schloss sozusagen dafür. Als wenn er es gar nicht gesehen hätte. Aber gut, er ist ja auch betrunken. Reaktionszeit ist ein bisschen vermindert. Ach, da! Da waren die Schlösser. Ich habe es gesehen, aber da kam er halt gerade von hinten. Oh, jetzt gibt es noch einen Keller. Esszimmer. Hier war doch gerade hier. Nummer 1. Aber da war jetzt auch kein rotes Schloss drauf. Ist hier ein Beinfässer? Okay. Also hier muss doch irgendwas versteckt sein. Ja! Ein nächster Schlüssel. Oder war das da oben vielleicht doch kein Schlüssel? Irgendwas anderes? Na toll. Aber wir können einmal hier rumlocken. Ist natürlich gut, wenn wir auch wieder zum Anfang kommen. Ich höre ihn doch noch rennen. Warum? Wir wollen doch... Aber hey, wir haben den Schlüssel noch. Ist natürlich cool, wenn wir den Schlüssel behalten. Wo ist er denn gerade? Er ist doch... ...da hinten. So, das ist das hier. Das heißt, wir brauchen noch grün. Wo ging es denn nach oben? Wo ging es denn gleich nochmal nach oben? Das war abgeschlossen. Da ging es nach unten. Und da kam er auch gerade raus. Nein, hier nicht rein. Ich muss zurück zum Anfang. Hier. Sind wir nicht hier lang? Und dann... ...hier nach oben. Genau. Dann gucken wir... Hallo. Natürlich kam er da gerade. Ach. Aber warum gab es da... Da gab es noch einen Aufgang. Es gibt noch einen Aufgang nach oben. Warum habe ich den ja nicht gesehen? Der ist gerade oben. Keine Ahnung. Schein hat er uns durch die Wand gesehen. Hier war das rote Schloss. Genau. Das abgeschlossen. So, und hier... Hier liegt auch der rote Schlüssel nicht mehr. Hier liegt er... Ah, den haben wir also abgelegt. Den hatte ich aus Versehen abgelegt. Das heißt, wir können noch mal probieren. Ja, jetzt geht das Ding auch auf. Und da ist der letzte Schlüssel. Das ist schon so schnell jetzt? Letztes war auch erst Level 1. Nein. Letzte Richtung. Ich bin gar nicht da. Hallo. Mist. Nein. Das ist aus der Kasse. Oh Gott. Aber wir behalten den Schlüssel. Auch nicht verkehrt. Dann machen wir nämlich jetzt einfach zum Anfang. Vielleicht haben wir da aber auch das Bier eingeschlossen. Hups. Ich versuche natürlich einmal außen rum zu laufen. Nein, das ist der Keller. Oh Gott. Nein, ich habe den Schlüssel nicht mehr. Oh Gott, ich habe den irgendwo abgeworfen. Oh nein, ich habe den irgendwo abgeworfen. Ich muss den Weg wieder abgehen. Ich habe irgendeine Taste gedrückt. Ich wollte nach unten laufen. Also muss ich nochmal zum Keller. Hier. Nimm. Danke. Das war's. Das war's. Das war's auch schon. Oh. Äh. Oder? Ähm. Entschuldigung. Hallo. Nein. Nein. Lass mich doch... Alter. Da macht der Eimer in die falsche Richtung. Der hätte ein Freund... Wir hätten irgendwas doch vorstellen sollen am besten. So, danke. Renn. Schneller. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, irgendwas stimmt mir in diesem Haus auch nicht. Und das sind einfach nur irgendwelche Träume, die wir haben. Halt. Mach das doch nicht. Spiel. Aber das Ende ging jetzt. Da. Ausgang. Schneller. Renn. Ja. Oder? Nächster Abschnitt. Geschafft? Geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wuhu. Sehr gut. Da ist dein Bier. Du kriegst es doch morgen früh wieder. Mensch. Also, das war Don't Touch Talien Bier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Spiel fand. Ist halt mal was... Was ist jetzt nicht unbedingt horrorig, ne? Aber es ist mal ein lustiges Zwischstur. Ist auch mal nicht verkehrt. Also, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns am nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ώ likelihood adopt wenn es zwei palabras gibt, wen ist?